So, da sind wir wieder Zurück in der Dimension von Doctor Who Glaube ich zumindest, ich hab ja noch nicht meine Ahnung, ob es wirklich so ist Das ist ja das Beste, weil Ich hab keine Ahnung, was Doctor Who ist, was Doctor Who macht Und da ist ein Auto Da zieh ich jetzt erst Zieh mal Batman! Ein Mars Rover Oh, der Gandal rüberfährt, Alter Ist ja echt der Hammer Nur Charaktere wie Was ist denn das? Die Wasser versprühen können Legopflanzen gießen Okay Also bringt mir das im Moment gar nichts Hier sind noch jede Menge Grabsteine Jaja Muss man ja echt, wenn man Durchspielen möchte Muss man sich erstmal einen Haufen an Figuren kaufen Und hier Einen ganzen Tisch voll stehen haben Damit man in jedem Level auf jeden Charakter switchen kann Ist ja der Wahnsinn Ne So Da muss er hin Einen Ishtari kann man nicht austricksen Komm Zeit für unkonventionelle Methoden Uuaah Jetzt komm ich hier nicht mehr hoch Äh, Wildstyle, könntest du mal? Komm mal ab Komm mal ab Wir sehen uns später Und komm mal wieder Von diesen Toren krieg ich nie genug So, die Kiste noch weg Was ist das? Ein UFO Hä? Ach, jetzt muss ich Gandalf hier hoch bringen, oder was? Äh, Gandalf, du musst nach rechts Und jetzt Und jetzt Ich kann Gandalf noch nicht mal rot machen Okay Dann schauen wir jetzt mal Schmeißen wir die Maschinen mal an Gandalf müsste rot werden Rot ist hier hinten So Batman steht in der Mitte Mitte sollte gelb sein Zack Und Wildstyle Nein Komm Die ganze Zeit am Dancen ist Was haben wir jetzt? Ich reihe hier gar nichts Was ist denn das? Na, Treppe hoch Erstmal kaputthauen Hä? Ich kapier hier nix Ich kapier hier nix Warum wird das jetzt alles, äh Weg Gebeamt Das war alles eine Illusion Eine Art Sinnestäuschung Dieser Ort spielt mit uns Scarecrow Hm Da Noch zwei Abschnitte Oben Wir sind nicht mehr genug Steinchen Alle mitnehmen Das könnte ich diesmal wirklich packen Einmal speichern Jetzt kommt der vorletzte oben Jetzt kommt der vorletzte oben Ich bin schließlich Batman Ich bin schließlich Batman Okay Einmal einsammeln hier Hier will nix rauskommen Da kann ich was schieben Gandalf kann da hinten irgendetwas machen So Dann komm mal her Gandalf Das können wir auch noch kaputt holen So So Ah Komm Wieder dunkel Und nummer drei Jetzt habe ich hoffenweise gegner darum ein Die Statuen verfolgen uns Und dieses flackernde Licht Hilft uns nicht weiter Hm Da hinten ist irgendetwas für Wallstyle Ob in die Mitte mit dir Schreib für unkonventionelle Methoden Boah So Nein Der weltbeste Detektiv schlägt wieder zu Schlägt wieder zu Mama Alter Nein Au 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 Hup Hau mal ab da Hau mal ab da Es geht Wuuu Höh Jetzt ist die Statue leer Kann ich aber nicht kaputt hauen Nein ihr hört auf Böse Ich will die raus Die auf Die auf Okay Pfff Boah ist das noch viel Viel An Zeug Ist das noch gar nicht Ja Was ist das? Boah Tja Ich will die auf Tja 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 fein einsammeln machen wir erst mal die kacke aus das reicht aber immer noch nicht ja geil krieg irgendwie bock mal bei doktor rein zu gucken scheint ja ein interessantes ding zu sein und noch ein riesenraum krass die steine mich immer blockieren jetzt gleich habe ich es ich muss sowieso noch mal gucken dass ich das bett mobil umbau das ist ein bauteil die ich wahrscheinlich noch brauche noch mal speichern so viel kann es doch echt nicht mehr sein jetzt reicht immer noch nicht diese treppe aus der hölle dann darf noch mal ran hey wie viel ja jetzt damit krieg ich da nicht runter geschoben kann ich hier irgendetwas nö boah ne viertel millionen gleich ich glaube da mache ich auch erstmal keine upgrade sondern hole mir gleich diesen schied stein für die doppelten dann geht der ganze rest ein bisschen schneller was bringt mir das jetzt hier oben ja 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 hm was muss ich tun hier geht auch nichts ok vielleicht doch was mit dem ding ach hier ist was zum bauen ach glatt übersehen das mag zwar einfach aussehen aber ich muss immer auf fallen gefasst ok ok ich kriege das schon raus wo ist das bett mobil stand das hier da oben komm mal ran auf den meter noch mehr engelchen so ja jetzt fängt das flickern wieder an geil darf ich danke ich habe echt cool gemacht mit dem verfolgen und bei als dr die die So, jetzt muss ich bestimmt hier hoch. Noch so eine Trommel. Oh, okay. Okay. Geh ich erstmal in der Decke lang. Auch gut. Das ist aber noch nicht das Richtige im Moment. Also einmal switchen. Gandalf geht noch auf gelb. Jetzt müssten wir irgendwie wechseln. Ah, geil. Ähm, nein. Ach komm. So. So. So, Gandalf nochmal drehen bitte. Aber ich weiß noch nicht warum ich jetzt an der Decke gehen kann. Zack. Alter. Total freaky. Erstmal draufhauen. Ich weiß es nicht. Wer, wir, wir sind keine Feinde, sondern Freunde des Doktors. Der Doktor muss eliminiert werden. Naja, eigentlich eher nur bekannte, echte Freunde wäre übertrieben. Daleks erobern und vernichten, ihr werdet eliminiert. Geräuscht für Daleks. Findet den Doktor. Eliminieren, vernichten, zerstören. Wir sind überlegene Wesen. Gegner der Daleks werden eliminiert. Keine Bewegung. Spreikt. Deshalb wäre ich gern ein roter Dalek. Sorry. Ihr werdet uns alles über die Pläne des Doktors verraten, was ihr wisst. Ganz ehrlich, wir wissen eigentlich gar nichts. Dann werdet ihr eliminiert. Ja, geil. Dalek, Imperator. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Ich werde dich in die feurigen Tiefen verhandeln. Maximale Vernichtung. So, ich brauche erstmal einen Fernkämpfer. Uh. Ihr werdet größer Aufenthaltsort des Doktors verraten oder wir vernichten euch. Ich wurde wiedergebogen. Geile Antwort. Was geht denn hier bitte ab? Wenn ich hier drin stehen bleibe, passiert gar nichts. Oh, vielleicht doch. Was muss ich machen? Eine Rampe bauen. Ne, was ist das? Das mag zwar einfach aussehen, aber ich muss immer auf. Gandalf, tu mal was damit. Meine Steuerung wurde überschrieben. Oh, ein Controller. Hilfe. 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 Geht mir ab. Hä? Ich peile die Hälfte der Zeit und nicht, was ich machen muss. Okay, jetzt kommt noch ein zweiter. No. Der Schlüsselstein wird die wahre Macht der Daleks offenbaren. Eliminieren. 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 Komm her. was geht mir ab ich sehe gar nix mehr ich habe noch nicht genug steine das sieht schon besser aus kurz vor der vollendung haut den einen rüber ich fürchte für diese lösung für das ist mehr als alles und wo strom her dann komme ich dran doch komm her der weltbeste detektiv schlägt wieder zu das wo strom 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 aua geht mir ab zack der nächste weg was passiert alter das gäbe es gelettet mit mir oh auf das geht jetzt so nummer drei der korn Ich brauche Wasser, 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 wo ist Wasser? Da ist Wasser. Das reicht noch nicht. Das auch noch. Ja, Walz, da stelle ich ruhig dann inzwischen, hallo. Oh, da brennt noch was. Ich kriege das schon raus. Ich bin schließlich Batman. Bäm. Nummer 3. Ja, geil. Der weltbeste Detektiv. Weißt du wohl noch nicht. Au. Muss ich nicht so machen. Ich glaube, das Werkzeug für diese Aufgabe ist in meinem anderen Anzug. Okay. Okay. Da. Dahin. Dahin. Und dahin. Ein Telefon. Ich rufe jetzt die Mutti an, war. Gandalf. Ach da. Ja. Rufe den Doktor an. Klingeling. 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 Ist da jemand? Hä? Ich glaube, er läuft die Zeit davon. Ja, ich möchte heute macht der Doktor keinen Haus besuchen. Ach ja, die sollten den ja anrufen, wenn es Probleme gibt. Doktor! Hey! Bevor ihr euch beschwert. Wenn man einen Schrumpfstrahl auf eine dimensionsübergreifende Zeitmaschine feuert, dann passieren solche Sachen. Kein Dun removedly. Immer weg! Nein! Das mit dem Schrumpfen tut mir leid, aber ihr habt mich gerufen! Endlich! Doktor! Was? Halt! Kenn ich euch? Ja und nein. Ich bin Wildstyle, wir haben dich gerufen. Nicht die Daleks! Ah! Das erklärt warum sie so sauer sind. Gut, steigt ein! die wurden jetzt gar nicht in dieses dimensions ding gezogen 335.000 dafür gibt es vielleicht einen goldenen stein minikiert habe ich glaube ich gar nicht einer für level abgeschlossen einmal für regelloser und dann war ich das schon mehr haben wir nicht geschafft okay das sollte ich problemlos anvisieren können jemand benutzt diese tunne technologie wie eine gallifreyische zeitschaufel sie holen monster und schulden von überall herbei wissen wir aber das sollte den verursacher daran hindern euch zu verfolgen keine tunnels schleifen wo wir dabei sind ich sollte euch jetzt wohl aus einer hätten das wirst du brauchen ich nehme sonst einfach die treppe aber danke ich kümmere mich um die talex und ihre freunde und wir erledigen den rest gut wir sehen uns später oder früher schulden okay nächste bauernleitung abziehen und vorne stecken machen wir noch er will nicht loslassen so und tschüss komm mal her komm jetzt verschiebe ich das ganze portal ein bisschen wackelig aber zack einmal größenstein schieben wir ein paar bisschen dahin und dann mache ich nochmal eine unterbrechung weil wir haben schon wieder über eine halbe stunde und ich hoffe ihr hattet spaß bis zum nächsten mal ciao